. Emotional, schwangere Bibi postet Liebesgeständnis für Juli. . Bibi Heinecke, 25, ist rundum glücklich. Die YouTuberin kommt bald in den achten Schwangerschaftsmonat, erwartet mit ihrem Schatz Julian Klassen, 25, ihr erstes gemeinsames Kind. Von ihrem Langzeitfreund bekam die werdende Mutter am 3. Juli auch noch einen Heiratsantrag. Beim Anblick des Paares auf ihren Sozial-Media-Kanälen wird schnell klar, dort liegt einfach Liebe in der Luft. Genau dieses Gefühl wollte jetzt noch einmal mit ihren Fans teilen und machte ihrem Verlobten eine süße Liebeserklärung. Auf Instagram veröffentlichte die Kölnerin ein Bild von sich mit ihrem Babybauch, wie sie neben einem kleinen Schild mit den Worten Ich habe Ja gesagt sitzt. Dazu schrieb Bianca, wie die Blondine mit bürgerlichem Vornamen heißt, die beiden Ereignisse auf dem Bild machen dieses Jahr zum aufregendsten und schönsten in meinem ganzen Leben. Meine Gefühle überschlagen sich einfach nur noch von Tag zu Tag. Sowohl der baldigen Nachwuchs als auch die Verlobung stehen selbstverständlich in Verbindung mit Herzblatt. Grund genug, dem Web-Video-Produzenten öffentlich eine Liebeserklärung zu machen, Julian, ich liebe dich und könnte mir keinen besseren Papa und Ehemann vorstellen.